Hallo Leute hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Tutorial zu der neuen Zombie-Karte The Final Reich in World War II Zombies und in diesem Video wollt ihr euch zeigen wie ihr die neue Wunderwaffe, die Tesla Kanone bekommen könnt. Was ihr hierfür als erstes machen müsst ist natürlich erstmal den Strom einschalten damit ihr den Bunker aufmachen könnt und wenn ihr jetzt nun den Bunker geöffnet habt müsst ihr als erstes mal zu dem Kontrollraum gehen denn hier führen entweder eine Tür nach links oder nach rechts und ihr müsst jetzt jeweils in eine der Türen mal reingehen denn in jeden der Räume links und rechts befindet sich ein Schalter oder ein Generator bei welchen ihr den Einen Knopf drücken müsst das heißt wenn ihr als erstes nach links geht müsst ihr als erstes mal zu der oberen Etage im Labor gehen dort wo sie auch der Rüstungsautomat befindet und in einem Raum befindet sich an der Wand dieser Generator drückt diesen einmal mit eurer Aktionstaste und schaltet ihn ein und jetzt müsst ihr euch beeilen denn wie gesagt in dem anderen Tunnel auf der anderen Seite vom Kontrollraum wenn ihr euch da wieder rechts haltet in der Leichenhalle befindet sich in einem kleinen Raum wieder so ein Generator und da könnt ihr wieder eure Aktionstaste drücken und dann ist diese auch wieder eingeschaltet und das müsst ihr wie gesagt ein bisschen schnell machen denn ihr habt für das Aktivieren der beiden Schalter ungefähr 45 Sekunden bis eine Minute Zeit und wenn ihr das nicht in dieser Zeit macht also beide aktiviert dann setzt sich das ganze wieder zurück und ihr müsst beide Schalter nochmal von vorne aktivieren wenn ihr dies jetzt nun getan habt müsst ihr in die Mitte gehen also zum Kontrollraum und dort befindet sich in der Mitte so eine pyramidenartige Metallform diese könnt ihr dann auch wieder öffnen indem ihr an dieser Kurbel dreht haltet dazu einfach so lange die Aktionstaste gedrückt bis dieses Metallgehäuse geöffnet ist danach müsst ihr jetzt nun in die Mine aufkaufen das heißt die Tür direkt neben diesem Metallgehäuse und danach geht einfach mal nach unten bis ihr in diesen Altarraum angelangt seid wenn ihr dort seid geht zu dieser Apparatur in der Mitte und drückt dort wieder den Knopf was ihr nun sehen solltet ist dass um diesen Generator in der Mitte ein roter Kreis ist und in diesem Kreis müsst ihr jetzt so lange Zombies töten und Zombies Seelen farmen sozusagen bis eben eine kleine Explosion stattgefunden hat und diese zeigt euch einfach an dass sie genügend Seelen gesammelt habt nun müsst ihr wieder nach oben gehen das heißt in den Kontrollraum und wenn ihr dort angelangt seid geht einfach auf die obere Etage denn dort befindet sich ganz vorne an dem Tisch wieder ein Schalter bei welchem ihr sozusagen wieder den Strom aktivieren könnt für die nächste Apparatur wenn ihr dies getan habt dann solltet ihr in der Mitte aus diesem Pyramidengehäuse ein neues Zombies Seelen Gerät sehen und dieses Gerät bewegt sich entweder jetzt links in den Tunnel oder rechts in den Gang folgt diesem Gerät einfach so lange bis es stehen bleibt und dort ist einfach wieder eure selbe Aufgabe in diesem Kreis so lange Zombies zu töten bis das Gerät sich weiter bewegt wartet jetzt einfach wieder so lange bis dieses Gerät vor der Maschine stehen bleibt das heißt wenn ihr rechts in den Gang hineingegangen seid dann bleibt das Gerät irgendwann vor dieser Maschine stehen hier müsst ihr dann wieder Zombies töten und wenn ihr nun wieder genügend Zombies in diesen roten Kreis getötet habt dann solltet ihr auch schon sehen dass sich dieses Gerät oder dieser Generator wieder aktiviert kurz arbeitet und nach einer kurzen Zeit könnt ihr sozusagen das erste Teil für diese Tesla Kanone aufnehmen wenn ihr dies nun getan habt dann bewegt sich nun diese Apparatur wieder in die andere Richtung das heißt es bewegt sich so lange bis es in einem anderen Gang angelangt ist das heißt in der Leichenhalle sozusagen tötet da in der Mitte der Leichenhalle erstmal wieder so lange Zombies bis das Gerät sich wieder weiter bewegt und dann sollte das Gerät auch schon an der letztendlichen Station angelangt sein und zwar vor dem anderen Generator hier heißt es dann eigentlich noch mal so lange Zombies sehen farmen bis sich das Gerät oder der Generator sich wieder aktiviert und bis er wieder kurz arbeitet denn auch wie bei dem anderen Generator müsst ihr dann wieder ungefähr 10 bis 20 Sekunden warten und dann könnt ihr auch schon das zweite Teil für diese Tesla Kanone aussammeln und somit habt ihr sozusagen alle beiden Teile von dieser Tesla Kanone und diese Teile könnt ihr jetzt an dem Tisch im Kontrollzentrum auf der oberen Etage anbringen das einzige worauf ihr noch achten müsst ist dass ihr jetzt so ein Art Boss Zombie mit Flammenwerfer spawnt tötet diesen ganz einfach und somit könnt ihr an dieser Werkbank auch diese Tesla Kanone aufnehmen die Tesla Kanone kann jeder Spieler aufnehmen ihr müsst diesen Schritt auch nicht wiederholen jeder kann die immer wieder dort holen auch wenn ihr down gegangen seid könnt ihr diese wiederholen und die Tesla Kanone ist auch noch so der Fall dass ihr diese vier mal auf verschiedene Art und Weise upgraden könnt wie das funktioniert zeige ich aber in vier anderen Videos wenn diese auf meinem Kanal schon erschienen sind findet ihr natürlich den Link jetzt in der Beschreibung und somit war es das jetzt eigentlich auch schon wieder zu diesem Tutorial ich hoffe natürlich euch hat das Video gefallen und auch weitergeholfen und damit sage ich mal bis zum nächsten Mal euer Reaper